Wie bitte? Ein Kristall nur aus Elektronen? Unter Fachleuten gilt das als der heilige Gral der Festkörperphysik. Vor fast 90 Jahren wurde dieses Phänomen vorausgesagt und jetzt ist einem schweizerischen Forschungsteam tatsächlich die direkte Bestätigung gelungen. Ein wirklich spektakulärer Nachweis. Aber wie kann das überhaupt sein? Mit einem ausgeklügelten Trick gelang Ihnen der Nachweis. Clixoom Science in Future. Hier gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Wow, das ist wirklich spektakulär und zeigt, dass wir nicht nur in der Ferne des Weltalls immer wieder unglaubliche Entdeckungen machen, sondern auch direkt vor unserer Nase im Mikrokosmos. Es ist alles andere als ein normaler Kristall. Es ist ein Kristall, der ausschließlich aus Elektronen besteht. Den hat nun ein Forschungsteam aus Zürich hergestellt und hat damit tatsächlich den heiligen Gral der Festkörperphysik dingfest gemacht. Die Existenz eines solchen Kristalls wurde schon vor 90 Jahren vorhergesagt. Doch erst jetzt gelingt also der direkte Nachweis. Wie kann man sich einen solchen speziellen Kristall vorstellen und wie gelang den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Nachweis, der bislang technisch als unmachbar galt? Die spannenden Antworten auf all diese Fragen gibt es jetzt hier bei Clixoom Science in Future. Die Rede ist von sogenannten Wingner-Kristallen. Diese Bezeichnung geht zurück auf den ungarischen Physiker Eugène Wingner, der im Jahr 1934 eine spannende Theorie aufgestellt hatte. Er gilt als einer der Mitbegründer der Theorie der Symmetrien in der Quantenmechanik. Seine Vermutung, unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, dass sich die Elektronen eines Materials aufgrund ihrer gegenseitigen elektrischen Abstoßung in regelmäßigen kristallförmigen Mustern anordnen können. Wichtig hierbei die elektrische Abstoßungsenergie zwischen den Elektronen, die dabei größer sein müsste als ihre Bewegungsenergie. Denn dann, so die Überlegung von Eugène Wingner, könnten sich die Elektronen so anordnen, dass ihre gesamte Energie so gering wie möglich ist. Chemisch gesehen positionieren sich die Elektronen dabei so, dass sie möglichst weit voneinander entfernt sind. Der Blick auf normale Kristalle verdeutlicht den Unterschied. Atome, Moleküle und Ionen als Grundeinheiten der Kristalle sind zu regelmäßigen Strukturen angeordnet. Fachleute sprechen von einem Kristallgitter, das beispielsweise mit Elektronenmikroskopen oder der Röntgenkristallografie gemessen werden. Dieser regelmäßige und strukturierte Aufbau von Kristallen ist typisch und unterscheidet diese von anderen Materialien wie beispielsweise Glas. Auch das hat von außen gesehen eine glatte Form, doch molekular ist Glas beispielsweise sehr ungleichmäßig aufgebaut. Doch in einem Kristall sorgen die Bindungskräfte der Atome dafür, dass diese sich quasi von alleine zu geometrischen Gittern anordnen. Die Atome bleiben dabei fest an bestimmten Orten gebunden, ganz im Gegensatz zu den Elektronen in Metallen und Halbleitern. Das Verhalten der Elektronen kann mit einer dynamischen Flüssigkeit verglichen werden, die die Atomrümpfe umströmt. Der Grund dafür, ihre hohe Eigenbewegung. Um ein Wigner-Kristall auszubilden, müssten die Elektronen also auskristallisieren. Ihre Bewegungsenergie muss dafür sinken und ihre gegenseitige Abstoßung dafür sorgen, dass sie sich zu einem regelmäßigen Gitter anordnen. So also die mittlerweile 90 Jahre alte Theorie, die bis heute lediglich eine Theorie ist. Denn der direkte Nachweis war Physikerinnen und Physikern weltweit bislang einfach nicht gelungen. Kein Wunder, denn damit sich solche Wigner-Kristalle bilden können, braucht es extreme Bedingungen. Notwendig dafür sind nicht nur tiefe Temperaturen, auch die Anzahl der freien Elektronen im Material muss sehr gering sein. Eine weitere Herausforderung, die bewältigt werden muss, in einem Wigner-Kristall liegt der errechnete Abstand der Elektronen bei wenigen Nanometern. Genau genommen sind es etwa 20 Nanometer, die errechnet wurden. Und damit ist der Abstand der Elektronen eines Wigner-Kristalls, Achtung, 30 mal kleiner als die Wellenlänge von sichtbarem Licht. Und Fakt ist, unsere bisherigen Mikroskope und andere Nachweismethoden sind nicht in der Lage, das mit ihrem Auflösungsvermögen darzustellen. Und so gilt der exotische Zustand der Wigner-Kristalle, in denen die Elektronen ein regelmäßiges Gitter bilden, mittlerweile als heiliger Gral der Festkörperphysik. Dazu sagt der Wissenschaftler Attac Imamoglu, der an der aktuellen Studie beteiligt war. Was uns für dieses Problem begeistert hat, ist seine Einfachheit. Zusammen mit seinem Team ist es ihm nun gelungen, einen ganz besonderen Kristall herzustellen. Dieser besteht fast ausschließlich aus Elektroden, ganz im Gegensatz zu normalen Kristallen. Wie ist das Forschungsteam dabei vorgegangen und wie gelang den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dann der Nachweis? Das Züricher Forschungsteam hatte sich für eine hauchdünne Schicht des Halbleittermaterials Molybden, diese Lenit, entschieden. Diese Schicht wurde zwischen zwei Lagen von hexagonalem Bornitrit und einer als Elektroden dienenden Außenschicht von Graphen eingeschlossen. Entstanden war somit quasi ein Sandwich. Diese Konfiguration sorgte dann dafür, dass sich die Elektronen des Halbleiters nur in einer Ebene bewegen können. Durch das Anlegen einer Spannung waren die Forschenden in der Lage, die Zahl der freien Elektronen zu minimieren. Zudem wurde das Ganze abgekühlt und zwar wenige Grad über dem absoluten Nullpunkt, der bei minus 273,15 Grad Celsius liegt. Den Elektronen sollte somit so viel Bewegungsenergie wie möglich entzogen werden. Unter diesen Umständen sollte, zumindest der Theorie zufolge, ein Wigner-Kristall entstehen. Doch gleich musste die nächste Herausforderung angegangen werden. Dazu schreibt das Forschungsteam, das nächste Problem war nachzuweisen, dass wir tatsächlich Wigner-Kristalle in unserem Apparat hatten. Doch wie sollte das nachgewiesen werden, wo der Abstand der Elektronen so gering ist, dass nicht mal die besten Mikroskope dazu in der Lage sind? Dieses Problem löste das Forschungsteam mit einem Trick. Sie konzentrierten sich dabei auf die sogenannten Exzitonen in der Halbleiterschicht. Die Fachleute kennen diese komplexen Quasitalchen namens Exzitonen schon länger. Es handelt sich um einen Bindungszustand, der aus einem Loch und einem Elektron besteht. Das Elektron ist negativ geladen und das Loch entspricht der Abwesenheit einer negativen Ladung. Somit ist es positiv geladen und beide ziehen sich gegenseitig an. Dieser Bindungszustand kann durch Licht angeregt werden. Genau diese Tatsache machte sich das Forschungsteam zunutze und löste durch die Bestrahlung mit Licht einer bestimmten Frequenz einen Resonanzeffekt aus. Und dieser wiederum ist mit Hilfe der optischen Spektroskopie nachweisbar. Wenn die Elektronen tatsächlich zu einem Kristall angeordnet sind, kommt es zu Wechselwirkungen zwischen den Elektronen und den Löchern als ihren Nachbarn. Dadurch erzeugen die sogenannten Exzitonen eine messbare Veränderung des wieder abgegebenen Lichts. Es kommt zu einem Effekt, den man von Autorennen aus dem Fernsehen kennt. Die Räder eines Autos oder eines Fahrrads scheinen dabei, ab einer bestimmten sehr schnellen Geschwindigkeit stillzustehen. Dann macht es sogar den Eindruck, dass sie sich in die umgekehrte Richtung drehen. Der Grund dafür, die Kamera macht nur alle paar Millisekunden einen Schnappschuss der Räder. Wenn sich in der Zwischenzeit das Rad um genau einen Speichenabstand bewegt, scheint es so, als würde sich das Rad nicht mehr drehen. Zurück zum Wignerkristall. Hier sind es die wandernden Exzitonen, die stillzustehen scheinen, wenn ein Wignerkristall im Material vorhanden ist. Sie bewegen sich mit einer ganz bestimmten Geschwindigkeit vor, die vom Abstand der Elektronen im Kristallgitter abhängig ist. Und die Beobachtungen des Züricher Forschungsteams sind super spannend, denn der Theorie zufolge sollten die Elektronen ein zweidimensionales Dreiecksgitter bilden. Dazu schreibt das Forschungsteam, eine Gruppe theoretischer Physiker um Eugine Demmler von der Harvard University hatte theoretisch berechnet, wie sich dieser Effekt in den beobachteten Lichtfrequenzen der Exzitonen zeigen sollte. Und genau das haben wir auch im Labor gesehen. Heißt also, die Beobachtungen des Forschungsteams stimmten mit den Voraussagen, die theoretisch gemacht wurden, überein. Dem Forschungsteam aus der Schweiz ist somit ein direkter Nachweis der regelmäßigen Anordnung der Elektronen im Kristall gelungen. Ein Wignerkristall konnte direkt beobachtet und nachgewiesen werden. Die vor fast 90 Jahren gemachten Aussagen von Eugine Wigner können damit bestätigt werden. Der heilige Gral der Physik aufgespürt. Dazu das Fazit des Forschungsteams. Unsere Ergebnisse eröffnen nun neue Möglichkeiten, solch starke, korrelierte Elektronen zu untersuchen und damit in bisher unerforschte Gebiete vorzudringen. Neues Teilchen gefunden? Oderon ermöglicht neue Erkenntnisse der Teilchenphysik. Anklicken, anschauen und abonnieren. Das macht schlau und ist kostenlos. Und das geht übrigens auch hier oder mit dem Button unter jedem Video. Bis dann, bleibt dran!